Heinz Bude, herzlich willkommen. Was ist eigentlich das Gegenteil von Angst? Hoffnung. Warum Hoffnung? Weil Hoffnung die Idee hat, dass die augenblickliche Situation nicht die entscheidende Situation ist. Hoffnung denkt immer noch einen Schritt weiter. Und bei Angst haben Sie die Konzentrierung auf die jetzige Situation, die mich in einen Schweißzustand bringt, die mich in eine Situation bringt, wo ich nicht aus noch einweise. Und wenn Sie Hoffnung haben, wissen Sie, es gibt noch eine Möglichkeit weiteres. Sie antizipieren eine Antwort auf die Angst, wenn Sie Hoffnung haben. Oder so, oder so kann man es auch sehen. Aber ich würde zum Beispiel nachgedacht haben, als ich mir die Frage gestellt habe und gesagt hätte, Angst, oder ich habe mit meinem Sohn darüber gesprochen, dann sagte er, das Gegenteil von Angst ist Mut. Da habe ich ihm gesagt, ich bin nicht so sicher, ob das stimmt. Was würden Sie ihm denn antworten? Mut ist ein wichtiger Punkt. Also bei Angst kommen ja zwei Dinge zusammen. Ich sehe eine Gefahr und ich empfinde mich als ohnmächtig gegenüber dieser Gefahr. Und dies beides zusammen produziert Angst. Also wenn Sie so wollen, der Fluchtimpuls ist gestört. Der stornierte Fluchtimpuls ist die Angst, die in mir aufsteigt. Und Mut ist natürlich der Versuch, im Grunde die Angstquelle zu beheben, in den Kampf zu gehen. Zu sagen, du willst mich schädigen, du willst mir von meinen Möglichkeiten etwas wegnehmen. Ich lasse mir aber nichts wegnehmen. Ist also aktiver als ihre Hoffnung. Sie ist konkreter. Sie ist konkreter. Insofern hat ihr Sohn recht. Man kann auch, es gibt auch die Idee, dass es so einen Mut gibt, der nicht nur auf eine spezifische Situation bezogen ist, sondern auch einen Mut insgesamt gegenüber, wenn Sie so wollen, der gesamten Existenz. Ich habe dieses Spiel dann weitergespielt und ihm gesagt, also wenn jemand seine Angst, wie du sagst, das Gegenwort ist Mut, dann ist ja der, der das nicht schafft, eigentlich feige. Dann habe ich die Frage gestellt, wenn ich dir jetzt sagen würde, ich habe einen Freund, der hat Angst, weil er Krebs hat. Und diese Angst ist stark. Ist er deswegen feige? Oder wenn jemand sagen würde, wie du das denkst, ich habe keine Angst vor Krebs, ist er deswegen mutig? Ist die Angst eine andere? Da kommen Sie an den ganz wichtigen Punkt. Natürlich ist die Urangst die die Angst vor dem Tod. Und da können Sie noch so mutig sein. Sie müssen den Tod irgendwie akzeptieren. Und es gibt ja diese Idee der Gottesfürchtigkeit, des Gottvertrauens. Und das sind Leute, die im Gottvertrauen sterben. Sterben ist der Zustand nicht, dass man schon tot ist, sondern dass man weiß, es ist nicht mehr so viel Zeit. Das muss nicht die nächsten zwei Wochen sein, das können auch die nächsten zehn Jahre sein. Das können die Zeiten des Sterbens sein. Also im Mittelalter nannte man die Kunst des Sterbens. Ars Mojendi, man muss sterben lernen. Und am wichtigsten ist natürlich, und am interessantesten ist es für Menschen, die die Hoffnung haben, dass sie nicht alleine sterben, sondern dass dann noch jemand ist, der bei ihnen ist, nämlich Gott. Und das bringt sie in einen Zustand des Sterbenkönnens. Und das hat gar nichts mit Mut zu tun. Ich würde sogar sagen, jemand, der sagt, ich bin mutig, ich schaue dem Tod ins Auge, dass das eigentlich eine unreife Reaktion auf den Tod ist. Lassen Sie uns doch mal dieses Thema weiterdenken. Sie haben das gerade angesprochen. Angst ist bei Menschen ja etwas, was auch ein Bewusstsein widerspiegelt. Und das Urbewusstsein ist, Sie haben es angesprochen, ich werde tot sein. Und die Frage, die ich an Sie hätte, ist, ob diese grundsätzliche Angst, vor der ich auch weiß, ich würde es jetzt so sagen, ich bin hilflos, es gibt keine Hoffnung, und ich kann mutig oder feige sein, ich werde tot sein, ich kann überhaupt sein, was ich will, ich werde tot sein, ob dieses, und sei es nur sehr unterbewusste, diese Erkenntnis und dieses Gefühl mich ein ganzes Leben lang immer mitbewegt, wenn ich bei einer anderen Situation Angst empfinde und ich deswegen immer eher geneigt bin, dass die Panik mich erreicht als Gelassenheit. Es gibt einen berühmten deutschen Philosophen, der sehr über dieses Thema nachgedacht hat, das ist Martin Heidegger. Und er sagt, es ist das Wesen des Menschen, dass er eigentlich vorläuft zum Tode und in das Empfinden seiner Endlichkeit dadurch gerät. Und er empfiehlt in seiner Philosophie etwas ganz Ähnliches, als was Sie sagen, nämlich eine Mischung aus Entschlossenheit und Gelassenheit. Man muss gelassen sein, genau der Tatsache der eigenen Endlichkeit gegenüber, aber entschlossen in jedem Moment das Nötige zu tun. Das ist so eine eigentümliche Dialektik, die man auch bei so Leuten wie Luther und so etwas findet. Also die Idee, dass gerade es in jedem Moment darauf ankommt, ein richtiges und der Sache angemessenes Leben zu führen, allerdings zu wissen, dass im Ganzen gesehen meine Möglichkeiten beschränkt sind, übrigens interessanterweise nicht nur durch Gott und nicht nur durch meine Endlichkeit, sondern durch die Welt selber. Es ist etwas sehr, sehr Interessantes, wenn Sie sich klar machen, dass die Welt, bevor sie geboren wurden, schon existierte und sie wird auch noch existieren, wenn sie gestorben sind. Das ist eine große Kränkung. Das ist eine wahnsinnige Kränkung. Und denken Sie mal an alle großen Diktatoren dieser Welt, die haben immer versucht, ihre Lebenszeit mit der Weltzeit zu verbinden. Das heißt, wenn ich sterbe, sollen alle sterben, weil sie diese Kränkung nicht aushalten konnten. Der Philosoph Jean-Paul sagt in diesem Zusammenhang, der Mensch ist Angst. Und das würde ich gerne auch ein Stück nochmal erweitern. Es gibt zwei Grundelemente des Menschseins. Das ist seine Sexualität und es ist seine Angst. Angst ist, wenn man den Sinn in der Natur sieht, also vermehre dich, das ist deine Aufgabe, aber überlebe, solange es geht, dann ist die Sexualität die Möglichkeit der Vermehrung. Aber die Angst ist eine existenzielle Sicherung dafür, dass du nicht vorzeitig, weil du mutig zu sein glaubst, zu müssen, stirbst. Ist also Angst eigentlich eine positive Disposition, die uns Menschen ins Bewusstsein gebracht wird? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Gedanke. Ich stimme Ihnen zu. Dieser Gedanke kann einen immun gegenüber Leuten machen, die ihnen beispielsweise versprechen, dass sie die Angst von der Welt schaffen würden. Oder Situationen herstellen könnten, wo es ein Jenseits der Angst gäbe. Denn genau das ist eine große Lüge, aber eine verführerische große Lüge. Also Politik, die Einrichtung der allgemeinen Verhältnisse wird keinem Individuum die Angst nehmen. Und der Demagoge arbeitet immer so mit der Angst oder die Demagogin so mit der Angst, dass sie sagt, ich habe es in der Hand, dir deine Angst zu nehmen. Ich kenne deine Angst. Die Demagogen sind ja narzisstisch begabt. Die können auf Leute zu. Also ich kenne deine Angst und ich nehme dir deine Angst. Und sehr, sehr wichtig ist die Sicherheit. Mir kann keiner meine Angst nehmen, weil die Angst existenziell eigentlich mein Menschsein ausmacht. Aber an diesem Zustand, den Sie beschreiben, sind viele Menschen noch lange nicht. Ich weiß übrigens nicht, ob ich soweit schon wäre. Und die Angst als ein Instrument in der Politik ist nichts Neues, aber jetzt wieder etwas sehr Aktuelles. Das heißt, Menschen werden abgeholt, die die ganze Zeit sagen, ihr nehmt mich nicht ernst oder wahr. Und in Wirklichkeit sagen die, meine Ängste machen mich verrückt und ihr hilft mir nicht dabei. Und dann kommen Leute vorbei und sagen, ich helfe dir. So ist es. Dabei gibt es aber als Medizin gegen diese Angst immer einen Sündenbock. Und die Geschichte, die erzählt wird, ist, wenn ich diesen Sündenbock mit dir eliminiere, eliminiere ich deine Angst. Warum funktioniert das? Ich glaube, es ist ganz wichtig, erstmal in diesem Versuch zu sagen, jemandem zu folgen, dem sagt, ich kenne deine Angst, ist ja zunächst einmal eine Wahrnehmung enthalten. Und ich glaube, wir haben heute schon viele Menschen, die das haben, was ein Soziologe der 30er Jahre die Angst vor Minderschätzung genannt hat. Also eine der ganz großen Ängste, der wollte die Panik im Mittelstand erklären. Warum ist gerade der Mittelstand, warum sind die mittleren Lagen der Gesellschaft eigentlich die Angstzentren von modernen Gesellschaften? Und er sagt, gerade in der Mitte grassiert die Angst vor der Minderschätzung. Das ist, glaube ich, heute wieder ein ganz großes Thema, dass man jemandem sagt, der Arzt ist. Da gibt es demnächst Expertensysteme, die machen dich weitgehend überflüssig. Oder jemand, der in der Versicherungsbranche arbeitet, weißt du, du bist einer der Letzten. Diese Branche wird in 20 Jahren ganz, ganz anders aussehen. Jedenfalls so Leute wie dich kann man da nicht mehr brauchen. Und sie haben das auch im Bankenbereich. Und diese Angst vor Minderschätzung ist einer der ganz großen Motive der extremen Systemskepsis, die die Leute heute haben. Also das ist ganz, ganz merkwürdig in Deutschland auch. Über 80 Prozent der Leute sind mit ihrer persönlichen Situation zufrieden. Aber von diesen 80 Prozent sind zwei Drittel der Meinung, dass im Ganzen alles nicht stimmt. Darüber müssen wir jetzt einfach einen Augenblick reden. Denn es kann ja nicht nur ein Minderwertigkeitsgefühl sein. Ich übersetze mal das, was Sie gesagt haben. Also wenn 80 Prozent der Menschen sagen, mein Leben ist eigentlich schön, mein Leben ist gut, in meinem Mikrokosmos, in meinem Makrokosmos. Dann müssen ja ganz bestimmte Punkte sowohl individuell psychologisch als auch gesellschaftspolitisch-soziologisch triggern, die einem sagen, ich verderbe mir übrigens gerade meine eigene Freude, es geht mir gut, aber eigentlich fühle ich mich äußerst gefährdet. Wie funktioniert das? Das funktioniert zum Beispiel so, dass man das Gefühl hat, oder das ist auch die Botschaft, ich sage es mal ganz objektiv, die Botschaft ist doch heute lebenslanges Lernen. Und lebenslanges Lernen ist ja nicht nur was Schönes, sondern Sie können daraus auch eine Drohung herausfinden. Es ist anstrengend. Es ist anstrengend. Es heißt nämlich, du musst bis am Ende deines Lebens volle Pulle bringen, sonst kommt jemand und sagt, könnte ich leider nicht mehr brauchen. Kurze Intervention, auch ohne lebenslanges Leben, haben Menschen gelernt, du musst ein Leben lang volle Pulle bringen. Ist es die volle Pulle? Nein. Ist es vielleicht andersrum, dass die Erwartung dieser Generationen war, ich muss mich, je älter ich werde, weniger anstrengen. Und die Message ist, Pustekuchen, es ist andersrum, du musst dich eigentlich noch mehr anstrengen. Genau. Das nennt man in der klassischen Industriesoziologie Senioritätsrechte. Also wenn Sie über 50 sind, können Sie die Kugel ein bisschen langsamer rollen lassen, weil man der Meinung ist, ich glaube, das stimmt auch, dass je älter man ist, mit weniger Energie man mehr erreichen kann, weil man die Dinge besser kennt. Ich muss zum Beispiel, ich muss nicht jedes Buch zu Ende lesen. Ich weiß so etwa, wie der Hase läuft und ich kann Bücher relativ schnell lesen, weil ich weiß, ach so, das kenne ich doch. Und dann kann ich das gut einsortieren. Ich würde gerade sagen, vielleicht überlesen Sie dann deswegen etwas und wenn das sichtbar wird, dann ist ein Mythos sehr schnell zerstört. Das ist richtig. Das ist richtig. Also zum Beispiel mein Senioritätsrecht ist, dass ich glaube, in meiner Selbstherrlichkeit, mir kann eigentlich in keinem Seminar mehr was passieren, dass irgendjemand eine Frage stellt oder mich etwas, eine These zur Disposition stellt, ich habe, wo ich nicht mehr weiter wüsste. Ich dachte, nee, das kann mir eigentlich nicht passieren. Aber Sie haben recht. Wenn mir das einmal passiert, dann wäre das eine ziemliche Erschütterung für mich. Und dann müsste ich sehr, würde ich wahrscheinlich der Meinung sein, jetzt muss ich aber doch ein bisschen mehr Gas geben. Sie müssen sich wieder anstrengen. Ich muss mich wieder anstrengen. Dann nehmen wir Ihr Beispiel und denken es eben fort. Kann es sein, das ist ja unser Begriff, über den wir heute nachdenken wollen, dass Menschen heute sehr viel früher und mehr Angst haben, dass diese Gemütlichkeit, die sie gerade beschrieben haben und die sie so 10, 20, 25 Jahre erlebt haben, wir reden von diesen 80 Prozent, dass die spüren, Pustekuchen, es wird so nicht sein. Du wirst entweder dich in die Moderne, im Sinne der Technik und anderen Dingen entwickeln, gar nicht anpassen oder du bist draußen. Ist das eine Angst oder gibt es die Angst, das wäre ja noch hinnehmbar, aber das schaffe ich nicht mehr, eine zweite Ebene von Angst. Also ich glaube, wir sind an einem ganz, ganz wichtigen Punkt der Veränderung unserer Gesellschaft. Für viele steht die Frage, werde ich zu denen gehören in meinem Leben, die die Veränderungen zu meinem Vorteil genutzt haben, so dass ich einer bin, der mit der Zeit positiv gegangen bin oder bin ich, gehöre ich zu denjenigen, die auf eine zweite Chance angewiesen sind oder bei den wichtiger werdenden Ausschätzungswettbewerben an jedem Punkt der Biografie, zu denen gehört, die zurückfallen. Und das ist eine Situation und ein Gefühl, was quer durch die Gesellschaft geht. Es gibt offenbar nur noch wenige gesellschaftliche Positionen, wo diese Gefahr nicht besteht, dass man zu denen gehören wird, die zurückgefallen und zurückfallen mussten und nicht bei denen, die nach vorne gehen können. Aber auch nichts Neues. Naja, mich interessiert ja, wie wir aus Prozessen lernen. Es ist ja auch ein gesellschaftspolitisches, ein soziologisches Thema. Industrielle Revolution, haben wir alles beobachtet. Im Prinzip ist das Leben per Definition dynamisch und nicht statisch. Und was um uns herum passiert auch. Der Schriftsteller Lovecraft schreibt, Zitat, das älteste und stärkste Gefühl ist Angst. Die älteste und stärkste Form der Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Hat er da recht? Ist es das, dieses Unbekannte, was immer eigentlich auf mich wartet? Nein, das glaube ich nicht. Das ist zu einfach. Ich glaube eher, Sie haben recht, es gab immer schon das Problem, dass man zu den Verlierern gehört, natürlich. Aber wir leben in einer Situation, wo wir eigentlich keine anerkannten Verliererkulturen mehr haben. Es gab die gesamte moderne Gesellschaft, gerade in Deutschland, ist von zwei großen Verliererkulturen bestimmt gewesen. Jedenfalls seit dem 19. Jahrhundert, der Frühphase des 19. Jahrhunderts, die eine Verliererkultur ist die katholische Kirche und die andere die Sozialdemokratie. Die katholische Kirche sagt, okay, auch wenn du im Leben scheiterst, in den Armen der Kirche wirst du einen Platz haben und du musst nicht denken, und das ist jetzt ganz wichtig, was dir passiert, dass das nur dir passiert. Und das machen positiv die Sozialdemokraten zu ihrem Thema. Eben, denken nicht, was dir passiert, passiert nur dir, sondern das passieren Leute deiner Klasse. Beide Gruppen verlieren jedenfalls in Westeuropa deutlich Anhänger oder Gläubige. Genau. Deshalb, es gibt keine anerkannten Verliererkulturen mehr, wo man respektvoll scheitern kann, die einem sagen, und das ist einer der ganz wesentlichen Elemente. Ich habe mal eine Bank untersucht, oder ich habe Leute untersucht, die herausgefallen sind aus der Fusionierung zwei Schweizer Großbanken. Und zwar, da musste auf jeder Ebene die Hälfte gehen. Dann war ich in einer Firma, die den Outplacement trat, so nannte man das, so Ausplacement. Die sollten sich neu erfinden. Und die mussten quasi, und dann habe ich den Leiter dieser Firma gesagt, was sollen die Leute denn lernen? Sie sollen lernen, dass ich auch noch anders sein kann, dass ich die Dinge anders richten kann. Und ich habe das als einen großartigen Betrug empfunden. Aber das wäre jetzt die katholische Kirche und die Sozialdemokratie irgendwie auch? Nein, ich finde nicht. Sondern die hätten jetzt gesagt, das Eigentliche, was den Menschen hilft, ist doch zu sagen, würde ich jetzt im Sinne dieser beiden sagen, denke nicht, dass das, was dir passiert, nur dir passiert. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann hast du andere Möglichkeiten, mit einer Situation umzugehen. Wenn du aber das immer nur auf dich selber zurechnen musst, dann gerätst du in einen Zustand existentieller Paar. Auch das ist ein sehr umhüllendes Wattegebilde. Aber ich würde Sie dann jetzt fragen, nicht die katholische Kirche, nicht die Sozialdemokratie, Was ist denn eine Verliererkultur in einer Gesellschaft, in der die Angst nicht nur vor dem Verlust ist? Es ist ja nicht scheitern unbedingt, dass du deinen Job findest. Nein, nein, nein. Was wäre denn dann eine Kultur, die man in einer Gesellschaft integrieren müsste, vereinbaren und verhandeln müsste, damit dieses eben verlustig werden? Und ich glaube, jeder Mensch erlebt irgendwann mal so eine Situation in einer Kultur eingebettet ist, die eine ernsthafte und nicht eine Watte-Kultur wäre. Was wäre das? Ich glaube, aus der Arbeiterbewegung gibt es eine sehr schöne Formel, die auch heute, glaube ich, für viele Leute klingt, wenn man sie modern interpretiert. Das ist die Formel der wechselseitigen Hilfe. Das heißt nicht die Idee, dass ein Gott uns das vergewissert, dass wir nicht aus der Welt fallen und auch nicht, dass es eine Klasse uns vergewissert, dass wir nicht aus der Welt fallen, sondern dass es eine Situation gibt, wo wir uns wechselseitig über Dinge verständigen können und auch wechselseitig versuchen können, dann an einem anderen Band zu stricken, mit denen wir uns ja im Grunde für uns und vielleicht auch für alle eine andere Situation schaffen können. Kurzum, ich glaube, ein neu interpretierter Solidaritätsbegriff ist der eigentliche Gegenangstbegriff für unsere moderne Gesellschaft. Und ich habe auch den Eindruck, dass wir uns heute in einer gesellschaftlichen Situation befinden, wo die große Phase des Neoliberalismus für die allermeisten Leute in allen westlichen Gesellschaften das eine Phase der Angst gesehen wird. Aber spinnen wir das doch mal weiter. Wir sind gerade dabei, uns zu überlegen, was ist jetzt als Wortwahl die Medizin gegen Angst? Nun gibt es viele, die sagen, auch die Angst vor dem Unbekannten, die Angst vor solchen Situationen, die beste Medizin gegen Angst ist Wissen und Verstehen. Stimmt das? Das ist falsch. Weil das ist sozusagen ein intellektualistischer Optimismus. Sie können die, wissen Sie, die Angst ist eine elementare Emotion. Wenn Sie von einem Arzt kommen, der Ihnen gerade gesagt hat, dass Sie Krebs haben und dass es nicht gut ausgeht, dann sind Sie in dieser Situation ein absolut antisoziales Wesen, weil Sie sind erfasst von dieser Botschaft und Sie regredieren quasi auf einen elementaren Punkt Ihrer Existenz. Sie sind durch und durch, Sie haben durch und durch Angst. Und die Angst in dieser Elementarität ist ein absolut antisozialer Affekt, weil Sie nur mit sich befasst sind in diesem Moment. Und erst, wenn Sie langsam wieder aus dieser Situation herauskommen, aber nicht durch Wissen und Verstehen, sondern beispielsweise mit jemandem, wenn Sie im Krankenhaus sind, wo Sie sagen, ach, jetzt will ich doch noch mal eine Zigarette rauchen. Und dann gehen Sie runter und gibt Ihnen jemand eine Zigarette und sagt, was soll's. Und dann sehen Sie plötzlich, da ist jemand, der ist möglicherweise in einer genauso einer Situation, wenn Sie sagen, ein Mensch in einer gleichen Situation einer Angst und dann haben Sie eine Solidarität der Existenz. Und solche Dinge meine ich. Ihr Beispiel ist natürlich insofern raffiniert, weil Sie den Krebspatienten auch gleichzeitig mit der zweiten Nachricht behauptet haben, es sieht nicht sehr gut aus. Da ist der Affekt zu 100 Prozent. Was soll ich jetzt eigentlich auch noch machen? Ich komme aber doch zum Wissen zurück. Und ich glaube, es ist nicht nur ein intellektuelles Spiel. Also, Ihr Beispiel noch mal, ein Krebspatient, heute kommt zum Arzt und ist bei einem der typischen Krebserkrankungen verstrickt, wo wir wissen, wir wissen es, die Heilungschancen sind mittlerweile ganz konkret außerordentlich positiv. Sie müssen nur früh genug kommen. Sie sitzen jetzt beim Arzt und der Arzt sagt Ihnen, hören Sie zu, Sie haben Krebs. Nehmen wir mal an, in einer der typischen Sachen Darmkrebs, der Affekt findet statt, der Puls rast, das Herz schlägt. Und dann sagt der Arzt aber auch, das ist keine gute Nachricht, aber, und jetzt kommt das Wissen, Sie wissen, dass die Überlebenschancen sich deutlich verbessert hat, die Therapiechancen deutlich verbessert haben und wir haben die Untersuchung so rechtzeitig gemacht, dass ich Ihnen jetzt erkläre, was machen wir und Ihre Heilungschancen sind bei 80 Prozent. Ist das nicht dann doch etwas, was hilft in der konkreten Situation, die wir übrigens Furcht nennen würden und nicht Angst, zwar auch genau diesen Affekt zu empfinden, er aber gleichzeitig durch diese Informationen, jedenfalls neben dem rein emotionalen Impuls, auch einen kognitiven hervorruft, der mit der Angst besser umgehen lernt? Das ist eine der großen Leistungen der Professionen, der freien Berufe, das ist die große Leistung des Arztes, der Ärztin, des Rechtsanwaltes, der Rechtsanwälte und in Übung auch des Geistlichen oder heute würden wir sagen des Psychoanalytikers oder der Psychotherapeutin. Genau das ist es. Und das haben Sie, glaube ich, sehr richtig beschrieben, dass es eine Deutung der Situation gibt, eine stellvertretende Deutung. Und jeder gute Arzt, jeder gute Ärzt, jede gute Ärztin weiß ganz genau, wen man sagen kann, schauen Sie mal 80 Prozent oder ob nicht eine Person vor einem steht, der man sagt, wissen Sie, eben war jemand da, da ist das Gleiche wie bei Ihnen. Und ich habe dem gesagt, schauen Sie mal, das ist eine Situation, wie wir sie tausendfach im Augenblick auf der Welt haben. Und dann merken Sie, das beruhigt mich, weil Sie in eine erlebbare Situation gebracht werden mit jemand anderem. Es kommt sehr darauf an, wie Sie in dieser Situation reagieren. Mir ist wichtig, und Sie haben eben zu Recht auch genannt, Ich sage nicht, dass Wissen nichts hilft und Verstehen nichts hilft, nur dass es geht um ein eingebettetes Wissen, wie man das heute vornehm nennen würde. Und es muss immer ein emotional eingebettetes Wissen sein. Im Übrigen kommt da eine andere Kategorie, die im Hintergrund der Angst, oder die Angst eigentlich bestimmt in der Besonderheit ihrer Emotion, auch wiederum eine Kategorie von Martin Heidegger, Angst ist eine Stimmung. Und die Gestimmtheit der Information über die Gefahr ist das Entscheidende zur Bändigung dieser Gefahr. Dann würde ich gerne die Frage, die ja auch mit dem Arzt zusammenhängt, oder Ihren Priester, oder Vorsitzenden der Sozialdemokratie, in welchem Zusammenhang steht Angst und Macht? Das ist sehr, sehr wichtig. Angst, hatte ich eben gesagt, entsteht Wahrnehmung einer Gefahr plus das Empfinden der eigenen Ohnmacht oder Hilflosigkeit. Und natürlich ist, das nennt man neuerdings Empowerment, ist es die Fähigkeit, Mächtigkeit über sein eigenes Leben wiederzugewinnen, ist einer der ganz entscheidenden Punkte, um mit der Angst zurechtzukommen. Und es gibt übrigens ein interessantes Beispiel in der Geschichte von einem Politiker, der das wunderbar konnte. Das war Franklin D. Roosevelt. Übrigens ein, das wissen viele gar nicht, jemand, der Kinderlähmung hatte, der gar nicht selber gehen konnte, der hat den großen New Deal in den Vereinigten Staaten, wo die Gesellschaft in einer wirklich furchtbaren Situation war. Es gibt von ihm diesen schönen Satz, ich habe in die Augen der Amerikaner geschaut und habe ihre Angst gesehen, ihre Verlorenheit gesehen. Und dann sagt er den berühmten Satz, und das ist einer der wichtigsten Sätze zu unserem Thema, ich kann euch nicht die Angst nehmen, aber ich kann euch die Angst vor der Angst nehmen. Und das ist so eine, genau so ein Punkt meine ich. Gibt es eine moderne Botschaft, gibt es eine sozusagen moderne Solidaritätsbotschaft, die im Kern darauf ausläuft, zu sagen, ich kann dir die Angst vor der Angst nehmen. Ich kann dir nicht die Angst nehmen, über die wir jetzt gesprochen haben, die existenzielle Konstitution der Angst. Das gehört nämlich zum Menschsein dazu, schon allein im Blick auf seine Endlichkeit. Diese Angst kann ich dir nicht nehmen und glaube ja niemandem, der dir erzählt, er könne dir deine Ängste nehmen. Ich kann aber etwas für dich tun, stellvertretende Deutung der Lage, ich kann dir die Angst vor der Angst nehmen. Angst essen Seele auf, hieß das bei Rainer Werner Fassbinder. Ich kann dir helfen, dass es deine Seele nicht aufhört. Aber Sie unterstellen jetzt auch mit dem Beispiel von Roosevelt die schöne Geschichte dieser Interpretation eines Satzes. Jetzt sage ich, ich kann dir helfen, die Angst vor der Angst zu verlieren, indem ich beispielsweise endlich klar mache, die Demokratie gibt zu viel Freiheiten. Die Diktatur würde dir helfen. Wenn die Menschen mit roten Haaren nicht mehr da sind, nehme ich dir die Angst vor der Angst, weil dann hättest du weniger Angst. Ich nehme dir die Ursache von der Angst weg. Und wir haben denselben Satz und wir sehen, dass er in beiden Seiten, je nachdem, wer und wie es dann umgesetzt wird, dargestellt wird. Übrigens beide würden sagen, aus Solidarität mit dir und der Gruppe, die Angst hat, um auch ihre Geschichte noch einmal umzudrehen, nehme ich dir die Angst vor der Angst. Meine Frage ist, wieso wirkt das dann immer noch wieder, auch in Gesellschaften und in Ländern, Sie benutzen das Wort Regression, dass es zu einer Regression kommt, dass Menschen ihre Freiheitsdokumente hinterlegen, bei dem, der sie dann schreddert und ihnen nie mehr zurückgibt, man nennt das Diktatur. hat also dieses Versprechen, ich nehme die Angst vor der Angst und ich bin solidarisch, weil ich dich verstehe, hat es nicht immer auch dieselbe Gefahr in der einen Seite wie in der anderen Seite zu enden? Im Prinzip ja. Also es kommt aber etwas ganz Wesentliches dazu bei dem diktatorischen Entwenden der Freiheit des Einzelnen. Es kommt ein zweiter Affekt, der nah an der Angst ist, aber etwas anderes ist, nämlich der Hass. Die Figur, die aufgerufen wird als Sündenbock, ist eigentlich, wird im Grunde freigesetzt oder freigestellt zum Hass. Und Hass ist jetzt eine sehr interessante, ein interessanter Affekt. Also Sie können das heute, ich will nicht die Namen nennen, Sie können alle Politiker, es gibt eine Reihe von Politikern der westlichen Welt im Augenblick, die, I would say, a license to hate gibt, also eine Lizenz zum Hasen. Übrigens interessant, Hass ist wieder ein Begriff, man darf wieder hassen. Es ist eine sehr interessante Entwicklung, die wir seit vielleicht acht, neun Jahren oder haben, dass es eine Art Lizenz, kulturelle Lizenz zum Hass gibt. Hass ist jetzt eine wichtige Begleit, ein Begleitaffekt zu Angst. Weil Hass heißt, ich bringe dich wie auf Dope in eine Situation, dass du hassen kannst und dann fühlst du dich wieder selbst, da fühlst du dich mächtig. Wir hatten eben gesagt, die Angst, da muss immer die Ohnmacht dazukommen und Hass ist ein Affekt, der ihnen für den Moment die Ohnmacht nimmt. Das ist sozusagen so ein Kokain-Effekt. Das ist die große Kokain, wenn Sie sagen, das Kokain-Gefühl ist Hass. Und das ist etwas, was quasi Leute im Augenblick machen, die versuchen, die liberale Gesellschaft zu kippen oder eine dezidiert illiberale Politik, sozusagen als Programm sogar zu verkünden. Sie haben immer die Lizenz zum Hass. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn die Lizenz, ich verstehe dich in deiner Angst, zugleich, du kannst aber etwas zunehmig hassen. Wenn das das ist, was man tun kann, dann wird es wirklich gefährlich. Aber ich gehe gern auch noch mal auf Ihre Brücke, die Sie gebaut haben zwischen Angst und Solidarität und versuche es, wenn Sie das so ansprechen, zu subsumieren. Konkretes Beispiel ist die Aussage, wir sind das Volk, nicht eigentlich ein Solidaritätsangebot. Und steckt in dem, wenn du dafür bist, dabei bist und du damit auch das Volk bist, dann sorge ich dafür, dass du nicht mehr Angst vor der Angst haben musst. Das Angebot ist übrigens nicht nur Hass. Das Angebot ist, ich erleichtere dir das Leben, weil ich die Optionen der freien Gesellschaft zurückdrehe und das Ordentliche, das Berechenbare wieder in den Mittelpunkt stelle. Übrigens auch die Sanktionen in den Mittelpunkt stelle. Ist dieses Phänomen, das ja eigentlich, wenn man Ihnen zuhört, durchschaubar sein müsste, ist dieses Phänomen immer noch so raffiniert und triggert es das Bedürfnis des Menschen, auch des aufgeklärten Menschen. Denn wir müssen, wenn wir heute reden, von Damen und Herren auch mit Professorentiteln und ähnlichen Qualifikationen reden. Also ich nehme mich jetzt gleich wieder zurück mit meinem Argument der Vernunft, wie Sie merken. Es scheint doch nicht zu nutzen. Triggert Angst so sehr, dass es andere Dinge eliminiert, wenn man nur ein Angebot schafft, das gesellschaftlich Akzeptanz bekommen könnte? Ich glaube, das ist genau der Punkt, um den es geht. Der Begriff des Volkes, das darf man nicht vergessen, ist tief eingebaut in den Begriff der Demokratie. Alle Macht geht vom Volke aus. Das ist das, was man in den entsprechenden Theorien, die konstitutive, das konstitutive Volk, die konstitutive Macht der Demokratie liegt beim Volk. Und wenn Sie das Volk ansprechen, das ist die zweite Erfahrung der normalen, liberalen Demokratie, dieses Volk ist unanschaulich. Es gibt es eigentlich nicht. Wir brauchen es, aber es gibt es nicht. Also das Volk lebt immer nur in den Leuten. Wir rufen es als Volk auf in der Demokratie, aber es lebt nur in den Leuten und wir müssen es sozusagen zu den Leuten machen, das Volk zu den Leuten machen. Das ist die Liberalisierung der Demokratie, aus dem Volk die Leute zu machen. Und es gibt jetzt immer entscheidende Situationen, wo es in Situationen der Gefahr jemanden gibt, der sagt, jetzt ist aber der Punkt gekommen, wo wir als Volk zusammenstehen müssen. Ich nehme mal einen Unverdächtigeren, nämlich Winston Churchill, der seine berühmte Rede im Juni 1940 hält, wir haben keine Chance, aber wir werden kämpfen. Wir werden auf dem Meer mit kleinen Booten kämpfen, wir werden an Land kämpfen, wir werden an den Straßen kämpfen, und so weiter, und so weiter. Auf den Hügeln kämpfen und wir werden uns nie ergeben. Es war eine der ganz großen Reden des Zweiten Weltkriegs und des Endes. Das war das Ende Hitlers eigentlich, diese Rede. Naja, man kann sagen, es gehörte mehr als nur Großbritannien und diese Rede dazu. Aber die Idee, die Sie erzählen, kennen wir schon auch aus der jüdischen Geschichte, Massada. Die Juden werden eingekesselt und sie sagen, wir verhungern lieber, wir sterben lieber, als dass wir uns ergeben. Und das ist die Idee von Churchill. Nach dem Motto, die Würde ist wichtiger als die Angst. Ich überwinde die Angst, ich sterbe also lieber würdig, als unwürdig zu leben. Mit der Angst, oder mich ihr gebeugt zu haben, könnte ich nicht mehr leben. Und das führt mich zu einer weiteren Frage, in welchem Verhältnis steht denn Angst dann zur Moral? Weil wir reden jetzt gerade von mehreren Kategorien, die ich abwägen muss. Welches Verhältnis ist Angst und Moral überhaupt? Ich glaube schon, dass in den Grundfragen der Moral, nämlich die von, das ist glaube ich die Frage von Gut und Böse. Und nicht nur von Gut und Schlecht, sondern auch von Gut und Böse. Oder von Richtig und Falsch, wenn wir in der philosophischen Kategorien das diskutieren. Genau, und das ist eine große, ich weiß, das ist eine große Debatte in der entsprechenden Philosophie. Ich glaube, der Begriff von Gut und Böse, diese Unterscheidung, scheint mir sehr wichtig. Und schon, wir hatten da glaube ich am Anfang schon drüber gesprochen, oder Sie haben es angeschnitten, im Bösen steckt schon auch etwas Zufürchtendes drin. Und dieses Motiv des Zufürchtenden ist eine der ganz wesentlichen Fragen der Unterscheidung überhaupt, die Moralsysteme bekünden. Und ich habe den Eindruck, dass wir auch hier in einer sehr interessanten Situation uns im Augenblick befinden, weil nicht mehr so ganz klar ist, was das Gute und was das Böse ist in unserer Welt, aber es einen elementaren Bedarf gibt, diese Unterscheidung zu treffen. Und wir sind wieder beim Thema, ich komme auch zu der gefährlichen Solidarität zurück, die Sie zu Recht unter der Hand als gefährlich bezeichnet haben. Und ich glaube, ich stimme Ihnen zu, Solidarität ist gefährlich, sie ist nämlich dann gefährlich, oder kann gefährlich sein, dann, wenn sie zur exklusiven Solidarität wird. Also nur für uns, nur für dieses Wir. Und die interessante Frage ist, gibt es in dem Wir, in der Solidarität, Solidarität eine Bewegung des Aufbaus von unterschiedlichen Bezügen des Wirs? Und gibt es eine Möglichkeit sogar, dieses Wir auszuweiten auf dieses Wir Europas, auf das Wir der Menschheit, auf das Wir der Erde? Und das sind jetzt, und ich glaube, das kann man in der politischen Rhetorik verfolgen, auch Churchill hat natürlich die Ehre der Briten herausgefordert. Aber schon bei den Briten wusste man, es sind ja nicht nur die Engländer, es sind noch die Schotten dabei. Also das ist das Schöne an Großbritannien, an Vereinigten Königreichs, dass dieses Wir vielfältig ist. Aber ich wage da auch wieder einen kleinen Widerspruch. Indem man so etwas sagt, bietet man gleichzeitig den Trost an. Und damit, die Angst wird zu etwas Sinnvollem. Ich sage, wir haben keine Chance, aber wir kämpfen. Das Kämpfen an sich ist ein Trost für die Angst. Es ist furchtbar, du wirst sterben, aber es hatte einen Sinn. Du hast dich wenigstens nicht ergeben. Darf ich noch einen Philosophen an, der vielleicht aus ihrer Jugend noch bekannt ist, der mir, weil ich dieses Thema sehr durchdacht habe in letzter Zeit, der mir sehr wichtig geworden ist, ist Albert Camus. Natürlich. Camus sagt, im Grunde wird man erst zu einem Menschen, der eine gewisse Tiefe gewinnt, wenn man die Absurdität der Welt erkennt. Mit all diesen Elementen, die wir heute schon besprochen haben, von der Endlichkeit bis hin zu der Unübersehbarkeit der Welt. Es ist absurd. Und er sagt, Solidarität ist etwas Doppeltes. Es ist einerseits, das sich Abfinden mit der Absurdität der Welt und gleichzeitig das Rebellieren gegen. Für beides muss ich die Überwindung oder eine Beziehung zu meiner Angst entwickeln. Das wäre die Voraussetzung, um auch die Verantwortung von Sartre, des Existenzialismus, anzunehmen. Und diese Angst führt ja dazu, dass wir glauben, dass indem wir anderen Angst machen, wir es schaffen, die Angst vor dem Vergehen, vor dem Verbrechen zu lösen. Das gesamte Rechtssystem hat ja die Idee, ich habe Angst, dass Sie ein Mörder werden können. Ich entwickle Strafe und hoffe, dass die Angst vor der Strafe bei Ihnen das verhindert. Wir nennen das als Juristen-Generalprävention. Es zeigt sich aber, dass auch das nicht wirkt. Also anderen Angst machen, wer Kinder hat und weiß, dass man sie mit Strafen bedroht, eigentlich nicht die Angst verändert, aber viele Dinge noch schlimmer macht. Also gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, auch gesellschaftspolitisch, die Befürchtungen, was der Mensch an sich auch ist, außerhalb von Strafe, die Angst, dass Sie sich so verhalten, dass ich die Angst vor der Angst nicht mehr nur als vor der Angst habe, sondern konkret als Furcht erlebe. Gibt es Systeme, die das jedenfalls kompensieren können? Naja, es gibt einen Weg, den wir in unserer westlich-europäischen Moderne dazu kennen. Das ist die Verleihung von Rechten. Indem man Leuten sagt, du hast Rechte und du hast Rechte beispielsweise auf Schutz. Du darfst Schutz einfordern, bezahlst auch dafür über Steuern. Und du hast aber auch Rechte, dich zu wehren beispielsweise gegen Leute, die in mächtigeren Positionen sich befinden. Also die Zuerkennung von Rechten ist ein ganz wichtiges Element, um Angst zu dämmen oder zumindest sagen wir es zu zivilisieren. Angst zu zivilisieren. Aber natürlich, es bleibt, das glaube ich schon, dass Sie recht haben, eine der Unruheherde, man kann auch sagen, eine der positiven Unruheherde, existenziellen Unruheherde von Menschen, dass Sie Angst haben, die Sie mit Camus zu den anderen bringen, mit denen zusammen man rebelliert gegen die Absurdität der Welt oder auch denen man überträgt in der Kategorie des Rechts, dass du darauf achtest, dass wir in einer gewissen Form bleiben, trotz unserer Ängste. Diesen zivilisatorischen Fortschritt, den Sie ja eigentlich beschreiben, Rechte, haben ja etwas auch mit Freiheit zu tun. Und dazu haben Sie gesagt, Zitat, nichts ängstigt uns so sehr, wie die Freiheit selbst entscheiden zu können. Übrigens, das ist der Existenzialismus. Du bist, wenn du da bist, verantwortlich für deine Entscheidung. Und fahren fort, denn wir dürfen nicht nur eine Wahl treffen, wir müssen es. Warum verkehrt sich die Freiheit des Menschen, das wir jetzt gerade noch als einen Fortschritt empfunden haben, zu einem Gefühl der Angst? Ich glaube, da kommt schon hinzu, dass wir zwei, oder wie würde ich sagen, drei große, modernere, quasi fast Gegenwartsängste haben. Es gibt die merkwürdige Angst, etwas zu verpassen in unserer Gesellschaft. Viele Leute haben das, Jüngere haben eine kriegerechte Angst, etwas zu verpassen, etwas nicht mitzugeben. Aber das ist nicht neu. Das haben junge Menschen zu Recht. Das haben sie wahrscheinlich zu Recht. Und dahinter steht so diese Furcht der Peinlichkeit. Es gibt aber noch etwas Zweites, eine zweite Angst, die, glaube ich, dazukommt und dann das Portfolio der Ängste erweitert. Es ist die Angst, nicht zu genügen. Wir haben eben darüber angesichts des lebenslangen Lernens gesprochen. Also, dass man nicht genügt den Erwartungen, die unter der Hand in der Gesellschaft herumgereicht werden. Diese Angst vor dem Nichtgenügen ist sehr, sehr wichtig. Und die dritte Angst, die hinter allem steht, ist die Angst, sich zu verfehlen. Ganz kurz, steigert das Internet, steigert die sozialen Medien Angst? Ja. Und zwar in dieser Weise, weil sie die Angst erzeugen, sei du selbst, aber du hast keine Chance, du selbst zu sein. Herr Budde, ich bedanke mich sehr. Sollte ich vor dem Gespräch Angst gehabt haben, es geht mir jetzt besser. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.